Musik Schau dich an. Du bist ein Stadtmensch. Warum solltest du hierher zurückwollen? Heimweh. Kleiner Bruder, hiermit ernenne ich dich zum Texas Ranger. Das ist Dads. An alle Gesetzlosen macht keine Fehler. Recht und Ordnung haben den Besten erreicht. Fälliger Hut übrigens. Gibt es den auch für Männer? Gebt mir die Hand! Nein! Eine Vision aus dem Jenseits sagte mir, ein großer Krieger und Seelenwanderer wird mir auf der Suche helfen. Ein Mann, der auf der anderen Seite war und zurückkehrte. Ich weiß nur, dass ein Mann meinen Bruder getötet hat. Wenn wir zusammen reiten, reiten wir für die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist, was ich suche. Legen wir los. Wir suchen nach einem Magen. Er war von einer Woche hier, hat mich damit bezahlt. Wenn du den Schatz findest, findest du den Mann, der deinen Bruder getötet hat. Ich möchte ihm was zeigen. Was kann man mit all dem Chaos? Ein ganzes Land. Er kontrolliert die Eisenbahn. Die Kavallerie. Alles. Wenn diese Männer das Gesetz vertreten, bin ich lieber ein Gesetzloser. Aus diesem Grund treibst du die Maske. Es war ein Ranger. Auf einem weißen Pferd. Er hatte so einen durchgeknallten Indianer dabei. Sie sind hinter dir her. Sie haben Angst, oder? Mit Recht. Die zwei sind einfach nicht tot zu kriegen. Er ist nicht hier. Er ist auchнит irgendeine Ursache. Die vier Seiten sind vorderlich. Nachher sage schnader. Sie sind ausge rhetorisch. donc hintergehen. Sie sind auf den Ge Daddy.